Der Arbeiter wäscht sich nach der Arbeit. Ich interessiere mich für Medizin. Ich interessiere mich für Medizin. Ich erkälte mich oft bei kaltem Wetter. Ich erkälte mich oft bei kaltem Wetter. Ich bin oft bei kaltem Wetter. Wohin setzen wir uns? 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 Du ziehst dich sehr langsam an. Du ziehst dich sehr langsam an. Du ziehst dich sehr langsam an. Ich fühle mich heute gut. Ich fühle mich heute gut. Ich fühle mich heute gut. Wir erholen uns immer am Meer. Wir erholen uns immer am Meer. Wir erholen uns immer am Meer. Erkältest du dich oft? Erkältest du dich oft? Sie zieht sich leicht an. Sie zieht sich leicht an. Wie fühlst du dich heute? Wie fühlst du dich heute? Wir verspäten uns selten. Wir verspäten uns selten. Wir 립 näher mal am Meer. Ich Force1000. Wer corpse einen ganzen Tag? Wo erholt ihr euch im Sommer? Verspätest du dich oft zum Unterricht? Du spätest du dich oft zum Unterricht? Du spätest du dich oft zum Unterricht? Wir treffen uns im Zentrum. Wir treffen uns im Zentrum. Wir treffen uns im Zentrum. Ihr verspätet euch zum Konzert. Ihr verspätet euch zum Konzert. Du spätest du dich oft zum Konzert? 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 Du spätest du dich oft zum Konzert?